Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Der 24. August 1890. Der Tag, an dem Wild-West-Legende Buffalo Bill nach Hamburg kam. Buffalo Bill, seit mehr als 100 Jahren ist der Tod, aber sein Mythos lebt weiter. Dabei ist völlig in Vergessenheit geraten, dass der legendäre Büffeljäger, der eigentlich William Frederick Cody hieß, 1890 mit seiner spektakulären Wild-West-Show nicht nur in Paris, Rom und Berlin zu Gast war. Auch die Hamburger feierten ihn wie einen Popstar. Eine Woche lang gastierte er mit seiner 200-köpfigen Truppe aus echten Indianern und Cowboys in der Stadt. Sogar eine richtige Bisonherde hatte er mit dabei. Es kam zu tragischen Todesfällen, heftigen Streitigkeiten und am Ende gab es eine große Liebe. Der Wilde Westen in Hamburg. Der 24. August 1890 ist ein Sonntag. Pünktlich um 9.15 Uhr hält der Sonderzug aus Berlin am Bahnhof Sternschanze. Unzählige Neugierige warten schon. Seit Tagen gibt es in der Stadt kein anderes Thema mehr. Hast du schon gehört? Buffalo Bill kommt! Die Leute sind aufgeregt und ihre Erwartungen werden nicht enttäuscht. Es gibt in Hamburg noch keinen Hauptbahnhof, keine Mönckebergstraße und nicht ein einziges Auto. Aber plötzlich reiten da hunderte echter Indianer und Cowboys quer durch die Stadt und treiben eine Herde Bisons vor sich her. All das habe großes Aufsehen erregt, schreibt der Reporter des Hamburger Fremdenblatts. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt dem Team Buffalo Bills nicht. Noch am selben Nachmittag findet die erste Aufführung statt. Der Andrang ist so groß, dass die Kasse schon nach wenigen Minuten aus Sicherheitsgründen geschlossen werden muss. 8.000 Menschen, darunter der Bürgermeister und etliche Senatoren sind dabei, als die Show mit dem Einzug sämtlicher Darsteller beginnt. Ganz zum Schluss Buffalo Bill selbst, dessen Grauschimmel sich auf die Hinterbeine stellt, während er seinen Hut lüftet und dem jubelnden Publikum sein wallendes Haar präsentiert. Die Reporter sind völlig aus dem Häuschen. Eine sensationelle Vorstellung sei es, die auf das Glänzendste verläuft. Insgesamt sind es 16 Darbietungen, jede atemberaubender als die andere. Kunstschützen treffen aus allen Lagen, ob stehend oder auf dem Rücken liegend. Die Höhepunkte sind der Zweikampf Buffalo Bills mit einem Indianer, der mit dem Sieg des Bleichgesichts endet, und der Angriff der Rothäute auf eine Postkutsche, klar, dass auch diesmal die Weißen siegen. Buffalo Bill, damals eine lebende Legende. Die Zuschauer haben gehört von seinen Abenteuern. Was sie nicht wissen, dass die Geschichten, die sich um ihn ranken, zum großen Teil dem Reich der Fantasie entsprungen sind. Erdacht hat sie sich William Cody gar nicht selbst, sondern der Groschenromanautor und Reporter Ned Bundlein aus New York. In Windeseile ist Cody, der sich jetzt Buffalo Bill nennt, ein Star und er lebt gut davon. Seit 1883 tingelt er mit seiner Wild West Show durch die USA und ist nun im Sommer 1890 dabei, auch Europa im Sturm zu erobern. In London empfängt ihn Queen Victoria, in Rom der Papst, in Berlin der Kaiser. Das Gastspiel in Hamburg steht für den erfolgsverwöhnten Buffalo Bill allerdings von Anfang an unter keinem guten Stern. Auf der Anreise von Berlin ist der Indianer Rounded One Another bei Fechhelde aus dem Zug gestürzt und ums Leben gekommen. Die nächste Bescherung gibt's am Ziel. Doc Carver, ehemaliges Mitglied von Buffalo Bills Truppe und inzwischen Chef einer eigenen Show, ist mit seinem Team schon seit drei Tagen auf dem Heiligen Geistfeld und der beansprucht den größten Teil des Platzes für sich. Außerdem hat er sich die einzige elektrische Beleuchtungsanlage Hamburgs gesichert, sodass er, und zwar nur er, auch abends eine Vorstellung geben kann. Buffalo Bill schäumt vor Wut. Zeitungen berichten, dass nicht viel gefehlt habe und die Mitglieder der verfeindeten Ensembles wären an die Gurgel gegangen. Beide Seiten warten nur auf eine Gelegenheit, sich zu skalpieren, schreibt ein Reporter vom Hamburger Fremdenblatt. Nur weil die Behörden so besonnen reagieren, bleibt das Gemetzel aus. Trotzdem gibt es am Ende einen Toten. Allerdings wird er das Opfer eines Unfalls. Häuptling Uses This Word, einer von Buffalo Bills Indianern, wird am Rande der Show von einem Bison angegriffen und so schwer am Kopf verletzt, dass er drei Tage später stirbt. Er wird in Bremen, dem nächsten Aufführungsort, beerdigt. Ein Happy End hat das Gastspiel in Hamburg dann aber doch noch, und zwar für Häuptling Standing Beer. Ihm ist nämlich die junge, schöne Luise Rienek aus Wien nachgereist. Der Indianer verlässt daher Buffalo Bills Wild West Show und nimmt seine zukünftige mit in die USA, wo sie glücklich leben, bis ans Ende ihrer Tage. Buffalo Bill, wer war dieser Mann eigentlich? Als verbürgt gilt, dass er während der Indianerkriege als Scout für die US-Kavallerie arbeitete und als Büffeljäger Eisenbahnarbeiter mit Fleisch versorgte. Schließlich wurde er zum Gründervater des modernen Showbusiness. Sein Gastspiel in Hamburg dauerte bis zum 31. August 1890. Danach kehrte Buffalo Bill nie wieder in die Hansestadt zurück. Überhaupt war er mit seiner Show nirgendwo zweimal. Mit Ausnahme von Dresden, wo zu den Besuchern auch Kai Maid zählte, der Schöpfer von Winnetou und Old Shatterhand. Insgesamt reiste Buffalo Bill mit seiner Show drei Jahrzehnte um die Welt. Dann verblasste das Interesse. Am 10. Januar 1917 starb Cody in Denver, Colorado im Alter von 65 Jahren arm und einsam. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de